Ja, servus Leute! Ich habe ja vor einigen Tagen ein Video über meine Kaufentscheidung bezüglich eines Elektroautos online gestellt und dort auch dargelegt, dass ich mir den Ford Mustang Mach-E mit dem großen Akku- und Heckantrieb geordert habe. Und da kamen jetzt ein paar Kommentare, warum ich den ID.4 und den Skoda Enyaq nicht mit in meinem Video dargestellt habe. Hier habe ich mal beispielhaft ein paar Kommentare rausgesucht. Der Jürgen schreibt, Skoda Enyaq 80 taucht leider nicht in deiner Liste auf, was hältst du von diesem Auto? Dann schreibt der Seppo, warum war der Skoda Enyaq kein Thema? Dann der Christian schreibt, weshalb hat der Skoda Enyaq nicht in deine engere Wahl geschafft? Enyaq hätte ich auch gerne gesehen. Und der Stefan Mayer hat dann noch ein paar weitere Fahrzeuge rausgesucht. ID.4, Enyaq, Peugeot 3008, Mokka E, Polestar 2. Da kann ich kurz drauf eingehen, der Peugeot und auch der Mokka E haben es nicht in die Auswahl geschafft, weil sie eine zu geringe Reichweite haben. Und der Polestar 2 ist eine Limousine und mir deshalb zu unpraktisch. Und da hört man ja auch von ein paar Softwareproblemen. Deshalb hat es der Polestar auch nicht in die engere Auswahl geschafft. Und es geht dann auch noch weiter. Wir haben hier also den Alexander, der sagt, der VW ID.4 wäre sicher interessant für den Kanal gewesen. Dann der Uwe schreibt auch nochmal und hattest du auch den ID.4 oder den entsprechenden Skoda in Betracht gezogen? Also ihr seht schon, es zieht sich wie ein roter Faden durch die Kommentare auch von Markus. Ich denke, der ID.4 hätte dem Kanal mehr geholfen. Und jetzt gehen wir mal darauf ein, warum diese Fahrzeuge es nicht in die engere Wahl geschafft haben. Bevor wir jetzt ins Detail gehen, werfen wir nochmal einen ganz kleinen Blick in die drei Konfiguratoren der drei Hersteller. Und ich muss gleich dazu sagen, beim ID.4 und auch beim Enyaq kommt nur das Fahrzeug mit dem jeweils großen Akku in Frage, denn ich möchte die entsprechende Reichweite und ich möchte auch die Ladeleistung. Und bei Skoda wäre das dann also der Enyaq EV80. Ich habe den auch schon ausgewählt. Und wir gehen auf Weiter. Hier müssten wir dann auch gleich die Farbe abwählen, weil wir wollen keinen Aufpreis für die Farbe bezahlen. Habe ich beim Mustang Mach-E auch so konfiguriert, dass ich keinen Auspreis zahlen muss. Felgen lassen wir auch Standard. Dann kommen wir hier schon in die Innenraumselection. Hier kann man sich also verschiedene Innenraumdesigns auswählen. Wir lassen das hier auch mal auf Standard, damit kein Aufpreis dazu kommt. Und dann kommen wir schon zu den Ausstattungspaketen. Und das hat Skoda wirklich sehr schön gelöst. Man kann also die Inhalte sich hier aufrufen, was jeweils enthalten ist. Hier nochmal ins Detail. Ist sehr übersichtlich. Und man bekommt dann auch unter Umständen ein Basic-Paket. Kann dann nochmal ein Plus-Paket, wie jetzt hier in dem Fall, mit dazu buchen. Dann sieht man auch, dass hier noch zusätzliche Dinge, wie zum Beispiel die elektrische Heckklappenbedienung, mit dazu kommen im Verhältnis zu dem Convenience Basic-Paket. Und das zieht sich hier auch so weiter. Es ist also logisch aufgebaut, wenn man ein Paket ausgewählt hat und wählt dann das nächsthöhere, dann wird das auch automatisch abgewählt. Man bekommt hier also keine Nachrichten, so nach dem Motto, wenn du jetzt das nimmst, musst du noch den Zigarettenanzünder auf der Rückbank mit dazunehmen und noch die Blumenvase im Kofferraum. Sondern das hier ist wirklich logisch aufgebaut und man hat trotzdem eine ganz gute Auswahl. Bei Ford wird es noch einfacher, dafür aber auch etwas teurer. Denn Ford bietet gar nicht so viele Auswahlmöglichkeiten an, wie das Skoda jetzt zum Beispiel macht. Aber der Konfigurator von Ford ist auch sehr übersichtlich. Man kann also hier jetzt erstmal den Mach-E oder den AWD Mach-E auswählen. Ich nehme den Hecktriebler. Dann kann man hier auswählen, welche Batterie man möchte. Ich möchte die große Batterie. Dann ist man schon hier im eigentlichen Konfigurationsfenster. Hier kann man die Farbe auswählen. Wie gesagt, ich wähle keine extra Farbe aus. Wir gehen auf Interieur. Hier sagt er dann 0 Euro Aufpreis, wobei dieses Sensiko Kunstleder nur im Paket 2 mit dazu geliefert wird. Wir lassen das jetzt hier nochmal bei 0. Wir gehen auf Optionen. Und hier kann man dann nur das Technologie-Paket 1 auswählen. Man müsste also vorher, bevor man jetzt in dieses Fenster geht, das Technologie-Paket 2 beinhaltete Leder, Kunstleder auswählen. Und dann bekommt man hier auch das Technologie-Paket 2 angezeigt. Das ist ein bisschen ja auch unglücklich gewählt von Ford, weil ich sage mal, wenn man hier beide Pakete angezeigt bekäme, könnte man ja dieses nicht aufreißpflichtige Leder auch noch mit dazu nehmen. Und dann kann man hier auch noch sich weitere Details anzeigen lassen. Das ist aber auch nicht so detailliert wie bei Skoda. Also der Konfigurator von Ford gefällt mir nicht so gut wie der von Skoda. Aber er ist trotzdem leicht aufgebaut. Und wenn man sich dann noch das PDF zur Ausstattung runterlädt, dann kommt man auch klar damit. Und jetzt kommen wir aber zu einem Konfigurator, mit dem ich wahnsinnig geworden bin, als ich dieses Video vorbereitet habe. Und weshalb ich mich dann auch letzten Endes für den First Max in meiner Betrachtung für dieses Video entschieden habe. Ich zeige euch das jetzt mal. Wir gehen jetzt hier zunächst erstmal auf die vermeintlich preiswerteste Ausstattungsoption, nämlich den Pro. Gehen wir auf Konfigurieren und wir sehen schon hier, da sind Stahlräder drauf. Aber wen interessiert es? Die sehen ja trotzdem ganz schick aus. Ich gehe davon aus, die Farben sind dann später auch noch anders im Konfigurator. Das kann nicht die Echtfärbe sein. Aber wir gehen weiter. Aber jetzt suche ich schon die Option, wie komme ich denn hier weiter? Das geht aber, indem man hier dann auf Farben klickt. Gut, das ist sicherlich Geschmackssache, ob man das gut oder schlecht findet. Wir lassen Mondstein grau einfach so, wie es ist. Wir nehmen nichts extra. Wir nehmen auch kein Exteriorsilver. Das Lustige ist aber, wenn ihr jetzt seht, ach guck mal, 594,63 Euro kostet die Farbe nur. Dann nehme ich doch die Farbe mit dazu. Und dann passiert schon das, was mich bei dem Konfigurator von VW echt auf die Palme bringt. Man muss jetzt hier Exteriorsilver mit dazu nehmen. Jetzt gehen wir mal hier auf Abbrechen und dann denken wir, gut, wenn das bei Blau mit dabei ist, Weiß gefällt mir auch. Dann nehme ich Weiß. Kommt das wieder mit dazu? Dann sage ich mir, gut, Honey, Yellow, Metallic finde ich auch schick. Dann muss ich wenigstens dieses Exteriorsilver-Silver-Paket nicht dazu nehmen. Aber, wer hätte es gedacht, auch hier kommt wieder dieses Paket dazu. Wir probieren es noch mit Mangana-Grau und da kommt das Paket auch wieder mit dazu. Und da ist jetzt schon mein erstes Verständnisproblem. Wenn das hier überall mit dazu kommt, warum ist das dann hier ein extra Punkt? Wahrscheinlich, weil ich das jetzt hier noch mit dazu wählen könnte, mit zu der Farbe. Denn Mondsteingrau ohne Aufpreis kann ich mit dem Paket kombinieren. Aber da das hier nicht funktioniert, ja, okay, kann man drüber streiten. Aber ich persönlich bin jetzt echt kein Fan davon, das so zu lösen. Aber okay, kann man drüber streiten. Wir gehen weiter zu den Felgen. So, wir sind jetzt hier bei Felgen, ja. Und da sage ich mir, die Stahlräder müssen nicht unbedingt sein, obwohl die teilweise ja heutzutage sogar leichter sind als die Alufelgen. Wer hätte es gedacht? Aber wir nehmen hier die Hammerfelden und dadurch wird das Auto auch schicker. Aber wir sehen, jetzt geht schon wieder ein Fenster auf. Ich muss mir also aussuchen, Bordwerkzeug und Wagenheber ohne Aufpreis. Bordwerkzeug. Das ist doch ein No-Brainer. Wenn ich einen Wagenheber noch kostenlos dazu bekomme, dann nehme ich das natürlich. Dann geht jetzt hier aber wieder ein Fenster auf und er möchte mir Winterräder verkaufen. Okay, gehen wir wieder zurück. Ich will ja keine Winterräder von VW. Vielleicht, wenn ich nur das Bordwerkzeug nehme und auf den Wagenheber verzichte. Tatsächlich, dann kann ich auch die Alufelgen wählen, ohne dass ich noch einen Komplettradsatz Winterreifen mit dazu nehmen muss. Und an der Stelle bin ich dann ausgestiegen. Wie gesagt, ich habe mich dann dafür entschieden, bevor ich hier diesen Wust mir antue, dass ich mich für das First Max ID.4 Modell entscheide. Denn dort sind alle Ausstattungsvarianten drin, die ich auch haben möchte. Und jetzt gehen wir nochmal ins Detail und schauen uns an, wie sich die drei Autos gegenseitig in Sachen Ausstattung schlagen. Hier haben wir dann also eine Tabelle, in der ich versucht habe, die Ausstattungsdetails und auch die technischen Details, die mir wichtig sind, in eine Übersicht zu packen. Das ist gar nicht so einfach, weil wie gesagt, die Autos zu vergleichen geht nicht 100%. Denn es gibt auch Ausstattungsmerkmale, die der eine hat, der andere nicht hat. Nicht mal gegen Aufpreis. Deshalb schwierig. Aber ich habe mein Bestes gegeben. Ich habe also den Mach-E mit kleinem Akku, den N-Jag mit dem 77er Akku, den ID.4 mit dem 77er Akku und den Mach-E mit dem großen Akku, so wie ich ihn mir bestellt habe, hiermit ins Boot geholt. Und wir sehen schon ein wichtiger Grund, warum der Mach-E mit großem Akku bei mir ganz vorne auf der Liste steht, ist das Thema Fahrspaß. Er hat die größte Motorleistung. Er hat ein um 120 Nm höheres Drehmoment als der ID.4 und der N-Jag. Er beschleunigt zweieinhalb Sekunden schneller auf 100. Das ist natürlich jetzt nur eine Zahl, aber ich gehe davon aus, dass er deutlich besser geht als die beiden Fahrzeuge aus dem FVW-Konzern. Top Speed ist um 20 kmh höher. Nicht ganz unwichtig, weil im Moment haben wir ja noch keine Geschwindigkeitsbeschränkungen auf deutschen Autobahnen. Und die WLTP-Reichweite, die Ford erreichen möchte, liegt bei 610 km. Vielleicht sind es dann auch nur 590, aber auf jeden Fall in diesem Quartett das Fahrzeug mit Abstand größter Reichweite. Und was auch nicht ganz unwichtig ist, 150 kW Ladeleistung. Und da sehen wir schon, N-Jag ID.4 können da nicht ganz mithalten. Beim N-Jag muss man sogar 500 Euro Aufpreis bezahlen, wenn man 125 kW Ladeleistung haben will. Und der Mach-E hat sogar nur 115 kW mit dem kleinen Akku. Und er hat auch die geringste WLTP-Reichweite. Also da hätte ich mich schon schwer getan, das zu akzeptieren. Deshalb habe ich ja dann auch gesagt, gut, ich zahle den Mehrpreis zum kleinen Mach-E und nehme den mit dem großen Akku. Ihr seht ja hier, das sind 7500 Euro Aufpreis für den Akku. Das ist ja auch nicht gerade wenig Geld. Dann bin ich hergegangen, habe nochmal geguckt, kostenlose Farbe. Würde ich die bei den vier Fahrzeugen akzeptieren? Jawohl, ist bei allen Vieren okay, dass ich dafür keinen Aufpreis bezahlen muss. Und dann habe ich mal geschaut, welche Serienausstattung der Ford Mustang Mach-E schon von Haus aus mitbringt. Und da ist überall ein Jahr, was schon in der Grundausstattung für 46.900 Euro enthalten ist. Da haben wir hier Alufelgen, Anhängerkupplung, ist bereits eine Vorbereitung drin, ist aber noch keine verbaut. Todwinkelwarner, Frontscheibe, beheizbare Vordersitze, beheizbares Lenkrad, LED-Scheinwerber, Regensensor, Keyless-Entry, Fernlichtassistent, Müdigkeitswarner, Len-Keep-Assist, ACC, also den Tempomaden mit Abstandsregler, Stauassistent, Parksensor hinten, Parksensor vorne, Rückfahrkamera. Und das ist alles schon drin, inklusive eines Navigationssystems. Und wenn wir dann beim Skoda Enyaq mal schauen, der ja doch deutlich preiswerter ist, da fehlt das ein oder andere. Also es fehlt Frontscheibe, beheizbar, kann man dazu konfigurieren. Es fehlt Keyless-Entry, es fehlt der Müdigkeitswarner, es fehlt ACC, es fehlt das Navigationssystem. Da muss man also schon einiges dazu konfigurieren, um das Fahrzeug überhaupt auf den Stand zu bringen, wie den Mach-E. Wir können ja auch mal so grob gucken, wie viel das mehr kosten würde. Es sind 830 Euro, die 1420 nehmen wir dazu. Den Stauassistenten nehmen wir auch mit dazu, wobei da dann wieder auch ACC und proaktiver Insasenschutz dabei ist, was jetzt hier beim Mustang Mach-E nur in dem großen Paket vorhanden ist. Und dann nehmen wir noch das Navigationssystem dazu und dann haben wir hier schon 4040 Euro Aufpreis und sind schon bei einem höheren Preis als beim kleinen Ford Mustang Mach-E, der aber auch mehr Motorleistung übrigens bietet als die beiden VW-Konzernbrüder. Also auch das dürfte eine größere Spaßkanone sein als die beiden. Aber das wäre ja unfair, weil dann wieder Ausstattungsdetails im Skoda Enyaq enthalten sind, die beim Ford Mustang Mach-E nicht enthalten sind. Und deshalb habe ich die Autos mal möglichst identisch konfiguriert, damit sie sehr ähnlich sind. Ich habe dann auch beim Ford Mustang Mach-E das 4000 Euro Paket dazugenommen. Das seht ihr dann hier in gelb, was da alles noch dabei ist. Heckklappe elektrisch, Schildererkennung, Parkassistent, 360-Grad-Kamera, Vorderersitze elektrisch mit Memory. Also wirklich schicke Sachen mit dabei. Für 4000 Euro bekommt man die dazu. Und dann stellen wir schon fest, dass der Skoda Enyaq und der Ford Mustang Mach-E sich im Preis nicht sonderlich viel nehmen. Die sind also ähnlich eingepreist, ähnlich ambitioniert eingepreist. Und wenn ich mich zwischen den beiden Autos hätte entscheiden müssen, ja, dann wäre vielleicht sogar das Pendel hin zum Skoda Enyaq ausgeschlagen, denn er bietet einfach die größere WLTP-Reichweite, in der Konfiguration auch die höhere Ladeleistung. Und das wäre mir dann wahrscheinlich vernunftsmäßig mehr wert gewesen, als den Mehrfahrspaß und die in meinen Augen nochmal schickere Optik vom Ford Mustang Mach-E. Beim ID.4 First Max müssen wir auch nicht lange rummachen. Der hat also volle Hütte und der hat auch Ausstellungsmerkmale, die ich gerne hätte, aber selbst für gutes Geld beim Ford Mustang Mach-E nicht dazu konfiguriert werden können. Das ist nämlich LED Matrix Scheinwerver. Die hat nur der Allrad vom Ford Mustang Mach-E. Verstehe ich auch nicht, warum Ford das macht. Das muss ich auch ganz klar kritisieren, weil ich hätte gerne Matrix Scheinwerver, also Fernlicht mit Ausblenden von vorausfahrenden Fahrzeugen. Hätte ich gerne gehabt. Gibt es beim Ford Mustang Mach-E mit Hinterradantrieb nicht, aber der Aufpreis dann zum Allradler war es mir dann doch wieder nicht wert. Dafür gibt es beim ID.4 keine beheizbare Frontscheibe, wobei ich das auch nicht unbedingt haben muss. Gerade beim Elektroauto, die sind sowieso so schnell abgetaut, braucht man in meinen Augen nicht unbedingt. Und was es halt beim Ford Mustang Mach-E auch nicht gibt, ist das Head-Up-Display. Das heißt also, der ID.4 hat hier ausstattungstechnisch schon die Nase vorne. Dennoch muss man ja auch berücksichtigen, die Reichweite ist doch ein Stückchen höher, die Ladeleistung ist ein Stückchen höher und vor allen Dingen der Fahrspaß wird sicherlich ein ganzes Stückchen höher sein als beim ID.4. Und wenn wir uns dann die Preise des großen Ford Mustang Mach-E, wie ich ihn bestellt habe, und das ID.4 First Max vergleichen, kommen wir zum Ergebnis, dass der Ford Mustang Mach-E in meinen Augen ganz klar der bessere Deal ist als der VW ID.4 First Max, denn er ist 1.500 Euro günstiger. Klar, kein Head-Up-Display, klar, keine Matrix-LED-Scheinwerber, die ich gerne gehabt hätte. Aber selbst wenn man das dazu macht, dann wären wir beim Ford Mustang Mach-E wahrscheinlich so bei, ich schätze mal 61.000 Euro, also ein Tausender mehr als beim ID.4 und da würde ich auf jeden Fall absoluter No-Brainer immer zum Ford Mustang Mach-E greifen, weil er gefällt mir optisch besser, wobei der ID.4 auch schick ist. Er ist auch im Innenraum schicker als der ID.3, weil ihr wisst alle, ich kritisiere die Qualität im Innenraum des ID.3, habe da auch schon einige Schilde bekommen, aber ich bleibe dabei, beim ID.4 ist das deutlich schicker. Also es ist auch mit höherwertigeren Materialien, was ich zumindest im Konfigurator gesehen habe. Da hoffe ich also, wenn ich den in echt sehe, dass er mich dann mehr überzeugt. Und dann bin ich nochmal hergegangen, nachdem ich hier schon erklärt habe, dass ja ID.4 gegen den Ford Mustang Mach-E nicht mithalten kann. Wie gesagt, der Konfigurator hat mich wahnsinnig gemacht. Aber gut, das ist wahrscheinlich nur mein Problem, weil mir der intellektuelle Zugang fehlt. Auf jeden Fall habe ich dann mal die Netto-Preise verglichen, habe mal geguckt, was passiert, wenn die Förderung beim Ford Mustang Mach-E tatsächlich niedriger sein sollte, weil er eigentlich im Grundpreis über 40.000 Euro liegt. Im Moment gehe ich noch davon aus, dass ich die Völle-Förderung bekomme, aber dann würde ich einen Aufwand im Vergleich zum ID.4 von 260 Euro unterm Strich haben, auch wenn die Förderung entsprechend niedriger ist. Also mit anderen Worten, das ist ja fast nichts. Also das kann man durchaus dann mal in Kauf nehmen, wenn einem ein Auto besser gefällt, mehr Reichweite hat und vermutlich auch mehr Fahrspaß bieten wird. Und dann habe ich nochmal geguckt, mehr Aufwand bei identischer Förderung, da bleibt es natürlich dabei. 1.240 Euro wäre der ID.4 First Max teurer als der Ford Mustang Mach-E. Dann habe ich auch nochmal geguckt, mehr Aufwand zum Skoda Enyaq und zum Ford Mustang Mach-E mit kleinem Akku ist rund 6.500 Euro und da muss ich sagen, das ist es mir jetzt einfach mal wert. Ich möchte einfach mal jetzt wieder unvernünftig sein und ich hoffe auch, dass der Ford Mustang Mach-E für den YouTube-Kanal ein bisschen was bringt und dann muss ich das Auto halt ein bisschen länger fahren, aber so what. Und dann hatten mir noch ein paar Zuschauer geschrieben, dass doch auch die Leasing-Raten für den ID.4 recht günstig seien. Ich kann das nicht ganz nachvollziehen. Leasing finden wir unter Zeige ganze Zusammenfassung und dort dann unter Technische Daten, warum auch immer da, keine Ahnung. Wir sehen hier 503 Euro im Monat. Das hört sich ja im Moment erstmal gar nicht schlecht an. Wartung Plus, ich möchte keine Wartung Plus, da kann ich sogar nochmal sparen. Es ist jetzt nur Privatleasing, ich habe jetzt hier nichts gefunden für Gewerbe-Leasing. Ich wollte aber beim Leasing, ich hatte ja den e-tron 55 auch in Betracht gezogen, wollte ich ja 24 Monate, 12.500 Kilometer und dann ist die Leasing gerade hier schon bei 607 Euro brutto. Klar, das kann man jetzt noch durch 1,16 teilen. 607 durch 1,16. Und da sind wir bei 523 Euro netto. Und für den e-tron 55 hätte ich, soweit ich mich erinnere, 457 Euro netto für genau das gleiche Leasing bezahlt. Natürlich, es kann sein, dass hier auch noch was runter geht. Kann ich nicht genau beurteilen im Geschäftsleasing. Vielleicht hätte ich auch noch einen Presse-Nachlass bekommen. Ich habe jetzt mittlerweile auch einen Presseausweis. Kann ich also nicht genau behaupten. Aber auf den ersten Blick wirken die Leasing-Angebote von VW bezüglich des ID.4 auf mich auch nicht so, dass ich jetzt direkt drauf springen müsste und sagen müsste, Mensch, da kriege ich den ID.4 wirklich günstig. Ich entscheide mich jetzt zu leasen, statt den Ford Mustang Mach-E zu kaufen. Ja, das war dann also mein Vergleich, mein Papiervergleich dieser drei, eigentlich vier Fahrzeuge, weil ich ja zwei Mach-Es dabei hatte. Und ihr seht schon, der Skoda Enyaq ist wirklich ein gut eingepreistes Elektrofahrzeug. Er bietet eine gute Reichweite. Er bietet gegen Aufpreis eine gute Ladeleistung. Ist in meinen Augen ein gutes Paket. Es gibt einen guten Konfigurator für den Skoda. Und deshalb gehört er in mein erstes Video eigentlich rein. Ich habe ihn schlicht und einfach vergessen. Das tut mir leid an alle Skoda-Fans da draußen. Er hätte mit reingehört. Da habe ich dem Skoda Enyaq Unrecht getan. Was den Skoda aber für mich als Kandidaten dann letzten Endes sowieso hat ausscheiden lassen, ist das Thema Fahrspaß. Und da verspreche ich mir von dem Ford Mustang Mach-E sowohl in der kleinen Variante als auch in der größeren Variante einfach mehr. Ich glaube, dass das ein richtiger Joy-Bringer ist, wenn man es mal so formulieren will. Während der Skoda Enyaq dann, ja was die Fahrleistung angeht, ja sogar eine Verschlechterung darstellt zu meinem Hyundai Kona Elektro. Und ich möchte ehrlich gesagt nicht ein noch langsameres Elektroauto haben als den Kona. Der Kona ist schon ein kleiner GTI, ein echter Eckenflitzer. Der beschleunigt ja auch in rund 7,6 Sekunden von 0 auf 100. Der Skoda braucht über 8 Sekunden. Ist also insgesamt einfach das lahmere Auto. Es ist einfach so, auch wenn jetzt die Skoda-Fans mich kritisieren werden für diese deutlichen Worte. Aber der Mustang ist einfach das sportlichere Auto. Und er gefällt mir auch optisch, muss ich ehrlich zugeben, auch besser als der Enyaq. Wobei der Enyaq auch ein schickes Auto ist. Was den ID.4 betrifft, kann ich mich kurz phasen. Bezüglich Fahrspaß, Fahrleistung kommt da eine gleiche Kategorie wie der Skoda Enyaq. Weil da nehmen sich die beiden ja nicht viel. Und bezüglich des Preises ist er mir einfach zu teuer. Weil wenn ich den First Max, den ich jetzt sicherlich auch aus Faulheitsgründen genommen habe, denn die Konfiguration des Fahrzeugs mit den einzelnen Ausstattungen, da wird man wahnsinnig im Konfigurator. Ich werde da wahnsinnig. Deshalb habe ich den First Max genommen. Der hat auch alles drin, was ich brauche, sogar ein bisschen mehr. Und ist dann auch ein Stückchen teurer als der Ford Mustang Mach-E. Aber ihr dürft bitte nicht vergessen, der Mach-E hat fast 80 bis 90 PS mehr. Hat über 100 Newtonmeter Drehmoment mehr. Hat voraussichtlich über 100 Kilometer Reichweite mehr. Lädt nochmal schneller. Ist auch noch ein Stück größer als der ID.4. Und er gefällt mir auch einfach besser. Innenraum gefällt mir auch besser. Auch das große Display gefällt mir sehr gut. Und deshalb muss ich ganz offen sein, neben dem, was ich schon in meinem Video gesagt habe zu ID.3 Cancelled. Vier Gründe, warum ich das gemacht habe. Da war ja auch ein Grund, der auch auf den ID.4 zutrifft. Neben dem Preis, muss ich ganz klar sagen, der ID.4 war bei mir nie ein Kaufkandidat, weil mir klar war, der ist mir in Sachen Preis-Leistungsverhältnis einfach zu schlecht. Was den Skoda Enyaq betrifft, das ist ein super Paket in meinen Augen zum jetzigen Zeitpunkt. Den kann man kaufen, den sollte man in Erwägung ziehen. Aus meiner Sicht, nach meiner Meinung. Und das, was letzten Endes verhindert hat, dass ich den Skoda Enyaq kaufe, ist der Ford Mustang Mach-E. Weil ich halte ihn einfach für das geilere Auto und bin auch bereit, dafür einen Aufpreis zu bezahlen. Der hat mich also emotional viel mehr abgeholt. Ja, und deshalb ist es der Ford Mustang Mach-E geworden und kein Skoda Enyaq. Wie gesagt, ID.4 war sowieso nie in meinen Überlegungen. Ja, das war dann also der Vergleich. Ihr könnt ja nochmal unten in die Kommentare schreiben, ob ich mit meiner Liste das alles richtig gemacht habe. Da könnte also auch der ein oder andere Fehler drin sein, weil das Ganze nicht so einfach aufzubereiten ist. Ihr könnt ja auch nochmal äußern, ob ihr denkt, ich habe dem ID.4 Unrecht getan. Ich kann mir vorstellen, es gibt viele ID.4 Fans da draußen, die meine Entscheidung nicht verstehen können. Aber so ist es halt. Jeder trifft seine Kaufentscheidung selbst. Das ist einfach nur meine Meinung, meine Sicht der Dinge. Ansonsten soll es das fürs heutige Video gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, wie immer unten gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und ein Abo ist ja wohl obligatorisch oder wollt ihr die Videos zum Ford Mustang Mach E verpassen?